Man kann sich ja noch ein bisschen umgucken, ist ja auch nicht das, ist ja jetzt nicht die Welt. Ähm. So, ähm. Ich glaube, ich gehe mal so in die Richtung. Äh, falsche Richtung. Wäre nur eher die Richtung, ne? Der Knochenmob Lanza. So. Das ist doch mal so ein Lager, da können wir noch ein paar Sachen herholen, aber ich glaube, das sind mehr so Loot-Geschichten, die, äh, eher so Level, ich sag jetzt mal Level 1 sind oder so. Ich meine eher sporadische Einschätzung der ganzen Geschichte. So, dann. Hier unten wäre interessant gewesen, wenn sie hier unten gewesen wäre. Aber, wir werden sie schon finden, also ich meine mal so, es ist jetzt nicht gerade ein Geheimnis, wo sie sein könnte. Ich könnte auch googeln, aber googeln ist aus meiner Sicht wieder so eine Sache. So, da könnte man nochmal ein Schrein markieren, den man mal irgendwo machen könnte. So, ich könnte mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, ich werde schon wieder in den Kommentaren. Wenn, äh, wie lange ihr bis jetzt an dem Spiel gespielt habt. Ähm, Wildbeeren, komm. Sag mal, erst mal alles, was geht. Jetzt kommen wir quasi in den Ort zurück, wo wir herkommen, glaube ich. Da ist ein Huhn. So, das sind, was soll ich da schon sagen? Das sind Hühner. Witzig gewesen, wenn... So schön klar hier. So, da waren wir schon. Ist das ein Wolf? Okay, wusste ich nicht. Ähm. So, was können wir dann ausrüsten, damit wir sonst gehen und Leiden besser wappnen könnten? Bomben und... Ja, wenn wir ihm zu nahe kommen und er erkennt das sowieso, denke ich, meine größte Summdung sind die Dinger jetzt auch nicht. Dann... Da ist noch ein, äh, Dingens, ein... Äh, wie dumm die Dinger eigentlich sind, wenn man überlebt? Nee... Was ich suche, ist leider nicht dabei. Es hat mich entdeckt, oder? Ach, leck mich. Ach, leck mich. Wow. Ähm. Auch noch so ein temporärer Herzen. Nein, natürlich nicht. Ähm. Ich will jetzt auch nicht schon wieder Miefas Ding ausrüsten, ne? So, komm, machen wir mal temporär starke Kleidung. Ja, ich will jetzt auch so, mal, kuh- setting. Vor allem war ich es um ca bin. Also war es auch Bücher im Spiel, wenn ein Spann. Oh, ich will jetzt mal, wie die Dinger im Spiel haben. Eine Mah". Aber wer denken immer, ob ich nur Dinger? Tschau Toll Was war es glaube ich mit dem Kampf? Außer wir kommen noch hoch Was? What the fuck Jetzt ernsthaft, wie hätte er uns getroffen? Hat er einfach nur in die Luft geschossen und gedacht Komm wir spielen mal Falklingen Oder was zur Hölle Alter Alter Ja gut, dass wir wieder hier anfangen Also ich würde sagen, das rüsten wir aus Den Fünffachschussbogen Erstmal nur testweise Das Schild Und erstmal die Kältekleidung Ich dachte erstmal die Kältekleidung Wenn wir uns eher hier aufhalten Dann ist es nicht so gefährlich runterzufahren Das ist ein Gazir Jetzt goh All expanses with Zimbab Zimbab Da Im Zimbab Zimbab Zibab Und Let's So, ähm Hitzeschutz, Hitzeschutz Das war dem nicht eigentlich So, komm So, eben mal was essen Loll Oh Mann Oh Mann Oh Mann Okay, wir müssen mit Flurryrushes arbeiten So, meine, 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 meine Devise erstmal Ja, wir brauchen mehrere Anläufe, um einen zu killen Aber dann ist das so Dann müssen wir dadurch, ähm Wir kriegen sowieso Sachen abgezogen Weil das in der Kälte ist Und ohne Kälteschutz können wir halt nicht wirklich arbeiten, na So 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 Aber wo krieg ich kein Hedgechen Boah So Eben mal Das war jetzt noch mit Kälterschutz, ne Ich würde sagen Ich nehme eher genug temporäre Herzen Dass wir uns mal ein bisschen in diese too Und Da Und Vor And Ent Komm, den kriegen wir jetzt gebacken. Boah, geschafft! Boah, boah, boah! So, ähm... Was, Trotz? Boah, Gott, ey! Haben wir denn hier ein Bestiengroßschwert? Ähm, was können wir denn dafür wegwerfen, das hier? Mehr leuen Sachen hat er auch nicht rausgedroppt, oder was? Wann ist das so? Was hat er denn hier? Ein Königsschild. Können wir nicht gebrauchen, oder? Haben wir denn dafür Platz? Was haben wir denn für niedrige Schilder? Ja, komm, nehmen wir das. So. Haben wir wenigstens ein bisschen was gemacht. Okay. Edelgeflügel. Ähm, ich würde sagen, wir nutzen mal einen normalen Bogen. Weil wir auch so viele davon haben. So. Dann haben wir ein bisschen was... Dann haben wir noch einen Läuen geschafft, also... Jetzt haben wir schon drei auf unserem Konto. Ne, vier. 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 Vier Läuen schon, also... Was ist das denn? Gelsir? Ja. Ähm. Ähm. Ja. Oh. Grafik? Kommst du mal Grafik? Kommst du mal Grafik? So ein bisschen? Es geht viel zu schwammig ausgrabe. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Danke fürs Ausschreien, Mifas. So. Äh. Klaue, 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 Klaue. Hier ist noch mal so ein bisschen aufwind. Und die einfach mal nutzt, um mich nach dem Dingern umzugucken. Wenn wir überall so ein bisschen benutzen, dann können wir wenigstens in der Luft bleiben. Finde ich cool. Das sehe ich. Was ist denn da drin, ne? Wow. So. Dafür so ne schicke Truhe. Ähm. So. Leider kann man hier keine Truhe besitzen. Das würde ich alle meine OP Sachen erstmal in ne Truhe packen und die dann später auspacken. Okay, hier ist, äh. Okay, wir sind glaube ich gleich an dem Ort, wo die sechste Sage sein könnte. Äh, sechste, achte Sage sein könnte. Dann mache ich da ein Foto und gehe zu dem hin. Dann habe ich nämlich neben Mission auch nochmal eben beendet. Und dann. Ähm. Warum zur Hölle gehst du nicht? Oh Gott. Oh Gott. Okay, jetzt wissen wir warum. Oh Gott. Okay, jetzt wissen wir warum. Ja, da wollte ich hin in die Ecke. Ich hoffe, hier ist diese Sage Sache. Da ist auf jeden Fall eine, 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 eine Schreien Sache. Ja. Ähm. Ich glaube stehen. Was ist denn da drin, ne? Okay, Holzpfeiler. Okay. Ähm. So eine Elektro-Pfeile hin. So sieht das für mich zumindest nicht gut aus. So eine Idee. Wir nehmen mal hier so einen Kalsier. Krok? Ach so, den Stein hätte ich dafür gut gebraucht. Ich bin toll. Toll, Fabian. Na egal. Der ist halt verloren. Wieso haben wir denn das so einen? Das war nur geraten. Okay. Da haben wir das auch nochmal gemacht. Wieder ein Schrein. Hoffentlich ein Blessingschrein. Das ist ja cool. Echt cool, dass man sowas auch machen konnte. Kiou-U-Schrein. So. Eben überspringen. Kiou-U, nicht Kiou-U. Ähm. Ob ein Kiou-U-Schrein gibt es auch? Aber egal. So. Kiou-U-Schrein. Ja. Also Blessing. Ähm. Und Diamant. So. Gib mir schon diesen, dieses nette Siegel von Uri Kalkus. Ähm. Wer die Anspielung versteht, bitte in die Kommentare schreiben. So. 21. Dann haben wir gleich 22, wenn ich den Schrein gemacht habe, den wir markiert haben. Wenn du, wenn der Schikersensor ausschlägt, kann Wolfling dich an die genaue Position des gesuchten Objektes führen. Cool. Sandraum. Um dich von einer Sandrohr beziehen zu lassen, bedürfst du ein Schild. Äh. Habe ich kein Schild, kann ich mich also nicht ziehen lassen. Dann ist das so. Also ich muss sagen, es macht schon sauviel Spaß hier. Generell, das Spiel macht einfach mega viel Spaß. Ich glaube, ich kann nie wieder offen aufzunehmen. Musste ich leider irgendwann mal, aber ich wünschte, ich könnte es nie. Ich wünschte, das wäre mein Vollzeitjob. Geht nicht, äh, ohne Zuschauer und etc. Aber, äh, wird sowieso schwierig in der Branche. Ähm. Aber YouTube macht mir Spaß. Zumindest das, was ich bis jetzt auf YouTube gemacht habe, hat mir Spaß gemacht. Was mir nicht Spaß macht, lade ich auch nicht hoch, also. So meine Devise. So, wir haben schon wieder einen Läuen geschafft, also. Wenn man den ersten weg hat, dann ist die Anstrengung einen zweiten zu machen, einen dritten und vierten zu machen nicht so schwer. So. 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 So.